Jetzt, da ist er. Es wird gleich blinken, wenn der Fresse aufmacht. Da fallen die Zähne raus, Junge. Da, da, die hängen schon raus. Wie ein Hase. Boah, drei Mann habe ich jetzt. Zack, zack, zack. Erster. Vier waren es sogar. Geil. Ich dreh durch. Wenn es weiter so geht, dann da. Timing ist alles. Oh, seh dich. Ich wollte einen hier totschmeißen. Ey, was ist denn das, Alter? Das kannst du aber mal vergessen. Was ist denn hier? Alter, ein Schlag, da liege ich tot. Hau ihn um. Oh, scheiße, daneben. Hättest du den mal ausgeholt? Es wäre ein Schlag und daneben Rippen. Wo hättest du gehabt? Wo ist meine Axt? Ja, weggekissen. Ja, und die muss da hier rumliegen. Boah, Alter. Guck mir mal. Was zu heilen, Junge. Oh, Mann, weil ich einmal zu früh geschlagen habe. Boah, ich höre so auf. Du fatze Junge, willst du mich ja fertig machen oder was? Was? Oh, er will mich fertig machen. Hat mich fertig gemacht. Ja. 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 Du bist so, du bist jetzt hier. Ja, mein ich kommt. Da müssen sie aufhalten. Der Turm darf nicht hierher kommen. Da kommt sowieso hierher. Oh, da rammelt der mich um, Alter. Du hast mir mein Kinn vermasselt, du Wichser. Oh, Kater. Hat der over 9000. Was ist denn das? Schatz, ein Kinn. Aus dem Arsch, ist der doch gekommen. Ich seh, ich bin bei dir gleich. Den haben wir doch zerfetzt. Ein Treffer reingekommen. Achtung, geh auf. Wow, 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 wow. Ey, hier am Turm. Ja, ja, die wollen der mal hoch. Müssen wir weghacken. Weggehackt. Ja, Erypfer. Ja, komm, den holen wir uns, blei. Nein. Oh, wow, wow, wow. Nee. Nein. Oh, nein. Da muss er an euch vorbeigerannt sein, ihr Orgelverhebten. Ach ja, Spicker, warum hebt ihr mich keiner aus, Mann? Oh, der Ritter hat wenige geklickt, da fällt er um. Ja. Die anderen hier im Nachthemd, die halten 100 Klick aus. Im Nachthemd. Ja, ihr habt ein bisschen T-Shirt an. Ja. 12,6, bin zweiter. Geil, ich zieh dir. Die machen wir alle einfach lang hier. Der Turm, da muss, wir dürfen nicht herankommen. Bewacht den Turm. Zieh, gescheitert. Wieso zieh, gescheitert? Hier ist wieder der Ritter. Den gebe ich dir noch mal eine. Oh, nein. Jetzt kommen die alle hier hoch. Alter. Boah, Alter, habe ich hier Leute weggemetert, Junge. Deine Mutter ist Hitschplatter, Junge. Die hat Hitschplatter zwischen denen. So sieht's aus. Oh. Nein, aber sie kommen nicht am Turm hoch. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Wir kriegen noch eine Krabbe rum. Ich habe es mir erst mal eine gegeben. Jetzt bin ich erst mal am Blei vorbeigezogen, gnadenlos. Ja. Ja. Auf Platz 3. Auf Platz 3. Boah, habe ich noch eine eingefangen. Na ja. Na ja, wir sind oben, Blei. Ganz genau. Ist mir doch wusst, welcher Platz ich bin. Was ist denn das hier für eine Ratte? Hauptsache, die sterben alle. Nein, wir sind hier. Wir sind hier. Aber heute bin ich noch nie. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, oder wenn sie auch kommen, schlage ich in den Schädel ein. Nein! Wo bin ich? Bin tot, verbrannt, scheiße, da hat so eine Sau in den Ölfass hochgeschmissen. Ich habe es gerade auf die leichte Schulter genommen, das hätte ich nicht machen sollen. Die müssen mal ordentlich kämpfen, die Quinten. Was kam er mit seinem Nähkasten an, oder was? Hebe mich mal auf hier. Danke. Mit seinem Nähkästchen. Ziel gescheitert, naja, das war klar. Was? Ach, Ziel gescheitert, auf das Spiel. Also, ja, also. Jetzt musst du eine andere Waffe nehmen, ich großschwärts, jetzt reifts. Jetzt hacke ich rein hier. Ich weiß nicht, was ich wolle. Ich werde euch alles tot schlagen. Ihr hoeren Kinder. Jetzt kommt die Abwechung. Oh, nein! Oh, Alter, das geht schon nicht. Das war nicht meine Axt. Da ist meine Axt. Komm, jetzt lasst euch doch nicht alles niederbrennen hier, Mann. Junge, habe ich den weggebügelt? Das arme Schwein wusste gar nicht, was hier hauen und gestochen war. Jetzt habe ich mich schlecht umgedreht. Mist. Ach, der hat sich geduckt und genau in meinen Schwert reingerannt. Geil. Jetzt sind wir hier wieder vereint. Was heißt das? Ja, ich bin hinter dir. Ach so, okay. Hier links sind wir. Kommen wir mal. Einzelne Stricher. Mensch, auch hinter dir, was? Dann haben wir einen Tag. Aber wie? Der König Arthur, Junge. Mist. Ja, eben. Halte die Rampen auf. Ja. Haben wir doch gemacht. Das ist doch gar nicht gescheitert. Die Arschfinger. Mann, da bist du wieder beim Desertieren, Alter. Das ist doch sehr dumm. Wir hätten alles klären können. Ja. Mann, die Fotze. Hier schlägt man sämtliche Exkremente ab. Exkremente. Ich war bloß so ein Stahl wie eine Rolle der Tropsch, Alter. Das heißt doch nicht Exkremente. Exkremente ist doch scheiße, oder? Ne, ne, ne. Dachte ich auch immer. Exkremente? Ne. Das heißt doch anders. Wie heißt denn das jetzt? Extremitäten. Ja, das ist das Menisch auch. Genau. Exkremente. Exkremente. Ich dachte mir, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwann mit Ex war es. Wo wir anfangen hier, Mensch. Boah, alter Junge. Alter Junge. Das war Kacker. Oh, wow, wow. Du wolltest mich von hinten angreifen, du Fotzeck. Lass dir mal eine Leere sein. Alter. Äh. Oh, schau. Treiben auf den Bogenschützen. Er schießt einfach weiter. Was war das? Die Fotze, alter. Äh. Die bescheißen ihn doch hier in dem Spiel. Boah, alter hier. Ich brauche was Ankes. Eine andere Waffe rankommen. Axt wird er rankommen. Jetzt reicht's hier. Für mich noch alles geht. Komm. Und die lassen mich noch spawnen. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt ist er tot. Oh, der nicht mehr. Gerade. UK-Beatle. Genau. Fotzeck. Was ist mit mir? Boah, alter. Kann ich noch sein. Du bist gleich im Boden gleich. Mhm. Weil du nicht zu weit weg bist. Komm nicht bis hin. Noch lebt. Noch lebe ich. Jetzt kriegt er weg, der scheiß Bogenschütze. Das hast du nicht umsonst gemacht, du Fotze, alter. Ich hab' ich geholt. Ja, das Bogenschütze hab' ich geholt. Ich hab' ich geholt. Die Lie. Fotze. Haha. Ich hab' ich geholt. Wenigstens hab' ich die Jungs noch geheilt. Ich hab' ich geholt. Ihr zündet irgendeine Bombe, alter. So. Und rennt, ihr Huren. Jawoll. Zwei Mann verbrannt. Ja, ich nicht nur einen anderen. Okay. Oha, nein. Ich hab' aber eh nicht gekriegt. Hab' ich dich umgebracht? Nee, nee. Hier sind sie. Ach so. Oh, ich denk's mal, ich kriege den noch. Der war blutüberströmt. Ein Schlag fehlt der. Warte mal, welcher ist denn das hier mit der Lanze? Speer? Falschikon? Nee. Mordhammer. Boot ist das, hä? Nee, Boot. Oh, nee. Boot hat bloße den erst. Was ist denn das? Ah, hier, der hat's Heile. Boah, was für ein Meuchel. Boah, der hat mich an dem seinen Wanzen noch angefangen, alter. Hübsches. Boah, Mann. Weil ich den einen noch totschlagen wollte, unbedingt. Boah, Mann. Boah. Spielst du die Gewerkschaftskeule, ja? Ja. Die Gewerkschaftskeule. Hahaha. Hahaha. Der hat auch Öltöpper. Das ist gut. Aha. Wenn du die Keule abkriegst, kannst du mal testen. Sack, einen totgeschlagen. Söchter, einmal frei. Hahaha. Das ist das Ding ja. Boah. Weg da vom Tisch. Boah, der hat einen Schwein gehabt. Also die Keule geht ab. Boah. Boah. Einfach reinknüppeln. Boah. Wie ein Baseballschläger. Hahaha. Echt, ja? Ja. Da hat Brüder einen totgeschlagen. Was ist denn mit meiner Mausche? Schack. Ich war schneller. Du hast ja noch deine Axt. Mhm. Am nächsten Mal dann. Ja. Bumm. 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 Du kannst die Kamen aufhalten, das Ding, gell? Boah. Vier mal. Ach, mein Gott. Noch mehr. Ecklede. Die Wedel ist richtig in der Kette. Das ist geil. Hahaha. Aber jetzt, jetzt, jetzt krieg ich die Gewerkschaftsgeulen. Alter. Jetzt bin ich gespannt. Ah, ich hab sogar die ganz edle. Boah. Da kippt er mir schon wieder ein. Und der fottelt von hinten. Sack, wird er ihn weg gewesen. Boah. Ja, wer ist denn? So richtig bin ich nicht überzeugt. Mit dem Schild das hier. Boah, Alter. Desertier uns. Was ist los? Das ist doch schon mal der Scheiße. Das geht mir doch auf den Sack. So was bringt mich völlig aus dem Konzept, Alter. Mh. Mh. Renn. Ja, Bicker. Ey, du Fotzer. Was hat denn da am Messer geschlossen? Nimm deine Keule. Da, hier steht einer ohne Arm. Und das war ein Unfallreich. Da braucht keine Heilung mehr. Und das ist ja auch. Ja. 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 schön. Ja. Komisch Du hast ja schon wieder unsere Kills gesehen. Ja, 36, 35 und über 70 Niederschläge. Oh, ey, 2.000. Über 2.000, ja. Alter, hör auf! 2.000. Nein, das schreibe.